Haben Sie alle diese Kameras gekauft? Haben Sie die mitgebracht von Paris vor dem Zweiten Weltkrieg von München? Sie haben den Holocaust erlebt. Ja, ja. In der Gestapo, in Paris. Wir haben Glück gehabt. Wichy. Der Wichy-Government. Ja, Wichy, ja. Geflogen. Geflogen, ja, ja. Sehr schön. Kommen Sie zu Besuch? Ja, ja. Und was dann von Marseille? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. In Paris. Ja, ja. Ja, ja. Ihre Eltern haben das schon gemacht. Nein, nein, nein. Nein. Was? Interniert. Im Konzentrationslager. Nein, wir sind weg. Wir haben die Franzosen uns denunciert. Wir haben, ja. In der Zeit. Wir haben die Jahre. Wir haben das Sitzel. Wir haben den B 來-A-Gasen in 2015 mit den B Untertitelung des ZDF, 2020 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 Machen Sie schon in Israel? Was? In Israel? Schon mal besucht? Hier? Ja. Es sind meine Kinder dort. Ah. Meine Englische Kinder. In Israel. Wo in Israel? Tel Aviv. 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 Vielen Dank.